Musik 18. August 2015, kurz nach 14 Uhr bei 16 Grad, ganz schwachen Wind auf sich, Blick von der Münsterstraße in Waltrop, Richtung Bergkamen, das war ja schon lange nicht mehr so sichtbar, Bergkamen in Betrieb mit zwei deutlich sichtbaren Schwaden, aus dem Kühlturm und sogar aus dem Schornstein. Na also, RWE, Stierk, geht doch! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020